Ich bin da, um die Eltern irgendwie anzuleiten und an die Hand zu nehmen, aber auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Mirja, ich danke dir, dass du ganz lange hier jetzt bei uns gesessen hast. Unsere Sendezeit ist leider vorbei. Wenn Sie mehr über Mirja und ihr Projekt erfahren wollen, dann können Sie das unter ZDF täglich um 7 Uhr im Frühstücksfernsehen. Das ist wie Öl und Wasser, das mischt sich nicht. Da kann man noch so schütteln und schütteln und schütteln und schütteln und schütteln. Mich kotzen die so an, mich kotzen die so an, diese ganzen verliebten Idioten, die sich umarmen und sich die Hand halten und sich was ins Ohr flüstern. Die glauben vielleicht, dass sie sich tierisch interessante Sachen sagen. Die glauben vielleicht, dass ich nicht weiß, was sie sich da ins Ohr flüstern. Das habe ich hinter mir. Das habe ich hinter mir.